Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern Es war fürchterlich kalt, es schneite und begann dunkler Abend zu werden. Es war der letzte Abend im Jahre, Neujahrsabend. In dieser Kälte und in dieser Finsternis ging ein kleines, armes Mädchen mit bloßem Kopf und nackten Füßen auf der Straße. Sie hatte freilich Pantoffeln gehabt, als sie von zu Hause wegging. Aber was half das? Es waren sehr große Pantoffeln. Ihre Mutter hatte sie zuletzt getragen. Zu groß waren sie. Diese verlor die Kleine, als sie sich beeilte, über die Straße zu gelangen, indem zwei Wagen gewaltig schnell daherjagten. Der eine Pantoffel war nicht wieder zu finden, und mit dem anderen lief ein Knabe davon, der sagte, er könne ihn als Wiege benutzen, wenn er selbst einmal Kinder bekomme. Da ging nun das arme Mädchen auf den bloßen, kleinen Füßen, die ganz rot und blau vor Kälte waren. In einer alten Schürze hielt sie eine ganze Menge Schwefelhölzer, und einen Bund trug sie in der Hand. Niemand hatte ihr während des ganzen Tages etwas abgekauft. Niemand hatte ihr auch nur einen Dreier geschenkt. Hungrig und halberfroren schlich sie einher, und sah sehr gedrückt aus, die arme Kleine. Die Schneeflocken fielen ihr in ihr langes gelbes Haar, welches sich schön über den Hals lockte, aber an Pracht dachte sie feierlich nicht. In einem Winkel zwischen zwei Häusern, das eine sprang etwas weiter in die Straße vor als das andere, da setzte sie sich und kauerte sich zusammen. Die kleinen Füße hatte sie fest angezogen, aber es bror sie noch mehr, und sie wagte nicht nach Hause zu gehen, denn sie hatte ja keine Schwefelhölzer verkauft, nicht einen einzigen Dreier erhalten. Ihr Vater würde sie gewiss schlagen, und kalt war es daheim auch. Sie hatten ja nur das Dach gerade über sich, und da piff der Wind hinein, obgleich Stroh und Lappen zwischen den größten Spalten gestopft waren. Ihre kleinen Hände waren vor Kälte fast erstarrt. Ach, ein Schwefelhölzchen könnte gewiss recht gut tun, wenn sie nur wagen dürfte, eins aus dem Bund herauszuziehen, es gegen die Wand zu streichen und die Finger daran zu wärmen. Sie zog eins heraus. Ritsch! Sie sprühte es, wie brannte es, wie ein kleines Licht, als sie die Hand darum hielt, es war ein wunderbares Licht. Es kam dem kleinen Mädchen vor, als sitze sie vor einem großen, eisernen Ofen mit Messingfüßen und einem messingnen Aufsatz. Das Feuer brannte ganz herrlich darin und wärmte schön. Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu wärmen. Da loschte die Flamme, der Ofen verschwand. Sie saß mit dem kleinen Stumpf des ausgebrannten Schwefelholzes in der Hand. Ein neues wurde angestrichen. Es brannte, es leuchtete, und wo der Schein desselben auf die Mauer fiel, wurde diese durchsichtig wie ein Flor. Sie sah gerade in das Zimmer hinein, wo der Tisch mit einem glänzenden weißen Tischtuch und mit feinem Porzellan gedeckt stand, und herrlich dampfte eine mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte gebratene Gans darauf. Und was noch prächtiger war, die Gans sprang von der Schlüssel herab, watschelte auf dem Fußboden hin mit Gabel und Messer im Rücken, gerade auf das arme Mädchen kam sie zu. Da loschte das Schwefelholz, und nur die dicke, kalte Mauer war zu sehen. Sie zündete ein neues an. Da saß sie unter dem schönsten Weihnachtsbaume. Der war noch größer und noch aufgeputzt als der, welchen sie zu Weihnachten durch die Glastüre bei dem reichen Kaufmann erblickt hatte. Viele tausende Lichter brannten auf den grünen Zweigen, und bunte Bilder, wie die, welche die Ladenfenster schmücken, schauten zu ihr herab. Die Kleine streckte die beiden Hände in die Höhe. Da loschte das Schwefelholz. Die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und immer höher. Nun sah sie, dass die klaren Sterne am Himmel waren. Einer davon fiel herab, und er machte einen langen Feuerstreifen am Himmel. Nun stirbt jemand, sagte die Kleine, denn ihre alte Großmutter, welche die einzige war, die sie lieb gehabt hatte, die jetzt aber tot war, hatte gesagt. Wenn ein Stern fällt, so steigt deine Seele zu Gott empor. Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mauer. Es leuchtete ringsum her, und im Glanze desselben stand die alte Großmutter, glänzend, mild und lieblich da. Großmutter, rief die Kleine, und nimm mich mit, ich weiß, dass du auch gehst, wenn das Schwefelholz ausgeht. Gleich wie der warme Ofen, der schöne Gänsebraten und der große, herrliche Weihnachtsbaum. Sie strich eiligst den ganzen Rest der Schwefelhölzer, welche noch im Bunde waren. Sie wollte die Großmutter recht festhalten, und die Schwefelhölzer leuchteten mit solch einem Glanz, dass es heller war, als am lichten Tage. Die Großmutter war nie so schön, so groß gewesen. Sie hob das kleine Mädchen auf in ihren Arm, und in Glanz und Freude flogen sie in die Höhe, und da fühlte sie keine Kälte, keinen Hunger, keine Furcht. Sie waren bei Gott. Aber im Winkel am Haus saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit lächelndem Mund. Tod, erfroren am letzten Abend des alten Jahres. Der Neujahrsmorgen ging über die kleine Leiche auf, welche mit Schwefelhölzern da saß, wovon ein Bund ganz verbrannt war. Sie hat sich wärmen wollen, sagte man. Niemand wusste, was sie Schönes erblickt hatte, in welchem Glanz sie mit der alten Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war. In einem Winkel zwischen zwei Häusern, das eine sprang etwas weiter in die Straße vor als das andere, da setzte sie sich und kauerte sich zusammen. Die kleinen Füße hatte sie fest angezogen, aber es bror sie noch mehr, und sie wagte nicht nach Hause zu gehen, denn sie hatte ja keine Schwefelhölzer verkauft, nicht einen einzigen Dreier erhalten. Ihr Vater würde sie gewiss schlagen, und kalt war es daheim auch. Sie hatten ja nur das Dach gerade über sich, und da piffte Wind hinein, obgleich Stroh und Lappen zwischen den größten Spalten gestopft waren. Ihre kleinen Hände waren vor Kälte fast erstarrt. Ach, ein Schwefelhölzchen könnte gewiss recht gut tun, wenn sie nur wagen dürfte, eins aus dem Bund herauszuziehen, es gegen die Wand zu streichen und die Finger daran zu wärmen. Sie zog eins heraus. Ritsch! Wie sprühte es, wie brannte es, wie ein kleines Licht, als sie die Hand darum hielt, es war ein wunderbares Licht. Es kam dem kleinen Mädchen vor, als sitze sie vor einem großen, eisernen Ofen mit Messingfüßen und einem messingenen Aufsatz. Das Feuer brannte ganz herrlich darin und wärmte schön. Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu wärmen. Da loschte die Flamme, der Ofen verschwand. Sie saß mit dem kleinen Stumpf des ausgebrannten Schwefelholzes in der Hand. Ein neues wurde angestrichen. Es brannte, es leuchtete, und wo der Schein desselben auf die Mauer fiel, wurde diese durchsichtig wie ein Flor. Sie sah gerade in das Zimmer hinein, wo der Tisch mit einem glänzenden weißen Tischtuch und mit feinem Porzellan gedeckt stand, und herrlich dampfte eine mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte gebratene Gans darauf. Und was noch prächtiger war, die Gans sprang von der Schüssel herab, watschelte auf dem Fußboden hin mit Gabel und Messer im Rücken. Gerade auf das arme Mädchen kam sie zu. Da loschte das Schwefelholz, und nur die dicke, kalte Mauer war zu sehen. Sie zündete ein neues an. Da saß sie unter dem schönsten Weihnachtsbaume. Der war noch größer und noch aufgeputzt als der, welchen sie zu Weihnachten durch die Glastüre bei dem reichen Kaufmann erblickt hatte. Viele tausende Lichter brannten auf den grünen Zweigen, und bunte Bilder, wie die, welche die Ladenfenster schmücken, schauten zu ihr herab. Die Kleine streckte die beiden Hände in die Höhe. Da loschte das Schwefelholz. Die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und immer höher. Nun sah sie, dass die klaren Sterne am Himmel waren. Einer davon fiel herab, und er machte einen langen Feuerstreifen am Himmel. Nun stirbt jemand, sagte die Kleine, denn ihre alte Großmutter, welche die einzige war, die sie liebgehabt hatte, die jetzt aber tot war, hatte gesagt, Wenn ein Stern fällt, so steigt deine Seele zu Gott empor. Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mauer. Es leuchtete ringsum her. Und natürlich kalt. Es schneite und begann dunkler Abend zu werden. Es war der letzte Abend im Jahre, Neujahrsabend. In dieser Kälte und in dieser Finsternis ging ein kleines, armes Mädchen mit bloßem Kopfe und nackten Füßen auf der Straße. Sie hatte freilich Pantoffeln gehabt, als sie von zu Hause wegging. Aber was half das? Es waren sehr große Pantoffeln. Ihre Mutter hatte sie zuletzt getragen. Zu groß waren sie. Diese verlor die Kleine, als sie sich beeilte, über die Straße zu gelangen, in dem zwei Wagen gewaltig schnell daherjagten. Der eine Pantoffel war nicht wieder zu finden, und mit dem anderen lief ein Knabe davon, der sagte, er könne ihn als Wiege benutzen, wenn er selbst einmal Kinder bekomme. Da ging nun das arme Mädchen auf den bloßen, kleinen Füßen, die ganz rot und blau vor Kälte waren. In einer alten Schürze hielt sie eine ganze Menge Schwefelhölzer, und einen Bund trug sie in der Hand. Niemand hatte ihr während des ganzen Tages etwas abgekauft. Niemand hatte ihr auch nur einen Dreier geschenkt. Hungrig und halb erfroren schlich sie einher und sah sehr gedrückt aus, die arme Kleine. Die Schneeflocken fielen ihr in ihr langes, gelbes Haar, welches sich schön über den Hals lockte, aber an Pracht dachte sie feierlich nicht. In einem Winkel zwischen zwei Häusern, das eine sprang etwas weiter in die Straße vor als das andere, da setzte sie sich und kauerte sich zusammen. Die kleinen Füße hatte sie fest angezogen, aber es bror sie noch mehr, und sie wagte nicht nach Hause zu gehen, denn sie hatte ja keine Schwefelhölzer verkauft, nicht einen einzigen Dreier erhalten. Ihr Vater würde sie gewiss schlagen, und kalt war es daheim auch, sie hatten ja nur das Dach gerade über sich, und da piff der Wind hinein, obgleich Stroh und Lappen zwischen den größten Spalten gestopft waren. Ihre kleinen Hände waren vor Kälte fast erstarrt. Ach, ein Schwefelhölzchen könnte gewiss recht gut tun, wenn sie nur wagen dürfte, eins aus dem Bund herauszuziehen, es gegen die Wand zu streichen und die Finger daran zu wärmen. Sie zog eins heraus. Ritsch! Sie sprühte es, wie brannte es, wie ein kleines Licht, als sie die Hand darum hielt, es war ein wunderbares Licht. Es kam dem kleinen Mädchen vor, als sitze sie vor einem großen, eisernen Ofen mit Messingfüßen und einem messingnen Aufsatz. Das Feuer brannte ganz herrlich darin und wärmte schön. Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu wärmen. Da loschte die Flamme, der Ofen verschwand. Sie saß mit dem kleinen Stumpf des ausgebrannten Schwefelholzes in der Hand. Ein neues wurde angestrichen. Es brannte, es leuchtete, und wo der Schein desselben auf die Mauer fiel, wurde diese durchsichtig wie ein Flor. Sie sah gerade in das Zimmer hinein, wo der Tisch mit einem glänzenden weißen Tisch...